In der Mitte! So, bitte! Ja, 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 bravo! So, bitte! Einsteig! Peter, hast du das in deinem Leben schon einmal gehabt, dass ein Fahrgast bei dir hinsteigt, der mit so einem Auto und bei einer Person älter ist? Ja, bitte schön! Das sind die Haare, das sind die Haare. Das sind die Haare. Perfekt! Ja, und wir wünschen auch etwa hier... ...und dann halt so anpassen... ...so hier, hier, dann... ...die nicht bereit sind... ...die dritte Ansichtlension... ...und einsteigen, Sie können ruhig hier steigen. ...und dann, ja, wir müssen noch raus... ...und dann, jetzt sagt sie rein... ...jetzt, wie hier kommt, und wir wünschen Ihnen viel, viel Spaß, Leute! In eine Fowlerkuline, die sind die Fowlerkuline und uns angebreitet... Okay, ich küsse, ich kann nicht gar nicht so machen... Und dann hier, ja? Dann läuft das bei Ihnen. Und das Visier, fangen wir jetzt so. Und dann hier, ja? Und dann, 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 ja?